Ich hoffe, Frockner hat recht. Wie jemand an die Nordwestpassage glauben kann, ist mir ein Rätsel. So, willkommen wieder zurück zu Assassin's Creed 3 in der Klunkersuche. Ja, aber es ist keine Klunkersuche. Es ist immer noch Karten-Suche. Ich sag jetzt einfach Karten-Mehwurst. Und wir sind am Nordweststreifen irgendwie. Keine Ahnung. Passage, genau, war es. Passage. Und, ja, es ist kalt. Nice. Oh, wir müssen da sehr schnell dorthin. Eine Minute Zeit. Okay. Ich hab schon gedacht, was war denn das jetzt? Kommst du jetzt nicht hoch. So rutschig, he? Ich glaub, wenn er ins Wasser fliegt, dann ist es aus. Ja, okay. Nichts. Ah, okay, wir dürfen ja auch nicht ins Wasser fallen. Ui, 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 ist das eine Sache hier wieder. Aber ich sag so, der Connor hat echt... Boah, Metallhände, ey. Ja, Metallfinger irgendwie. Der bricht sich da ins Eis hinein, dass er nicht abrutscht. Runter mit dir, Connor. Ja, ist gut. Oh. Schätze, hab ich verpasst. Egal. Hendrik van der Heul. Captain Kitts Quartiermeister, der selbst Captain wurde. Die Passage, die du gesucht hast, gibt es nicht. Ich hoffe, du hast nicht lange gelitten. Ich muss raus aus diesem Ding. War ja auch irgendwie klar, dass es passiert. Ich muss hier raus. Das war knapp. Ich darf mich hier nicht fangen lassen. Con hat es immer so schwer. Ich verstehe das nicht. Ich habe nicht viel Zeit. Das weiß ich ja auch, aber du bist schon aufschnittlich. No. Ich habe es geschafft. Gegenüber des Felsens, der nicht passt. Ja, dann haben wir das halt auch abgeschlossen, das Geizerschiff. Und wir sehen uns in der letzten Kartensuche. Und dann denke ich mal, dass wir die Karte aufgedeckt haben. Und ja, ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.